Es war die schwerste Ölkatastrophe in der Geschichte der USA, als im April 2010 eine Explosion die Förderplattform Deepwater Horizon zerstörte, schädigten hunderte Millionen Liter Öl die Umwelt im Golf von Mexiko. Das hatte auch politische Folgen, unter anderem wurden die Sicherheitsmaßnahmen für die Öl- und Gasförderung auf See unter der Regierung von Barack Obama erhöht. Doch laut einem Bericht des Wall Street Journal gibt es in der Regierung von Donald Trump nun Überlegungen, diese Regulierungen zurückzufahren. Die für die Öl- und Gasförderung auf See zuständige Aufsichtsbehörde, BSEE, habe dem Haushaltsbüro des Präsidialamts entsprechende Vorschläge präsentiert, berichtete die Zeitung. Sie laufen demnach darauf hinaus, die Rolle der Regierung bei dieser Art von Ölgewinnung zu verringern und den Konzernen mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu überlassen. So solle eine Regelung gestrichen werden, wonach die für kritische Ausrüstung verantwortlichen Kontrolleure von der BSEE zugelassen werden müssen. Außerdem sollen Bestimmungen gelockert werden, die eine sofortige Datenübermittlung von Ölplattformen an Festlandsanlagen vorsehen, wo sie von den Aufsern geprüft werden können, wie das Blatt berichtete. Mit der geplanten Lockerung der Sicherheitsmaßnahmen würde Trump der Öl- und Gasindustrie weiter entgegenkommen. So könnten die Unternehmen etwa 760 Millionen Euro Kosten innerhalb der nächsten zehn Jahre sparen. Erst kürzlich hatte Trump die größte Beschneidung von geschützten Flächen in der US-Geschichte, angeordnet, und zwei Naturschutzgebiete im Bundesstaat Uta deutlich verkleinert. Laut dem Wallstied-Journal ist die geplante Änderung aber noch nicht öffentlich. Von offizieller Seite wollte niemand einen Kommentar abgeben. Bei der Explosion der Bohrinsel Depweater Horizon wurden im April 2010 elf Arbeiter getötet. Es kam zur größten Ölpest in der Geschichte der USA. Der britische Ölkonzern BP zahlte rund 60 Milliarden Dollar an Strafen und Schadenersatz.